Hallo und herzlich willkommen. Heute werden wir uns Wasser mit Geschmack selbst zubereiten. Wir benötigen hierfür ein Gefäß, in dem wir das Wasser dann servieren können. Ihr seht, ich habe gleich vier Gefäße hier stehen. Das heißt, wir werden heute vier verschiedene Geschmäcker zubereiten. Was benötigt ihr noch? Eigentlich das Wichtigste, frisches Obst beziehungsweise Früchte. Ich habe hier einmal ungefähr ein Viertel von einer Ananas. Das reicht für einen Liter völlig aus. Das heißt, aus einer ganzen Ananas könntet ihr locker vier Liter machen. Dann haben wir hier einen ganzen Apfel. Dort benötigen wir auch nicht mehr. Eine Zitrone und zwei Limetten. Zwei Limetten aus dem Grund, weil die halt ein bisschen kleiner sind. Ja, was ihr beachten müsst. Ihr solltet das Obst beziehungsweise die Früchte komplett schälen. So wie ihr es hier auch beim Apfel, bei der Zitrone, der Limette und der Ananas seht. Weil man nie weiß, was die Schalen für Stoffe abgeben können. Ob die jetzt gespritzt sind oder nicht. Und wir ja auch wirklich nur den reinen Geschmack aus der eigentlichen Frucht benötigen. Die Herstellung oder die Zubereitung ist eigentlich ganz simpel. Ihr nehmt euch jetzt eure Frucht. Wir fangen mal mit dem Apfel an. Und packt den kompletten Apfel in das Gefäß. So. Und jetzt gießt ihr noch frisches Leitungswasser oben drauf. Das ist jetzt genau 1 Liter. So. Und jetzt ist das Getränk natürlich noch nicht fertig. Ihr müsst das Getränk jetzt, bis es wirklich diesen Apfelgeschmack zu sich nimmt, am besten eine Stunde im Kühlschrank einwirken lassen. Deshalb mache ich auch gleich vier Getränke. Damit, wenn eins leer ist, man nicht wieder eine Stunde warten muss. So. Das heißt, wir gehen zum nächsten über. Hier in dieses schöne große längliche Gefäß würde ich sagen, nehmen wir die Ananas. Was auch sehr praktisch ist, wenn man dieses Wasser selbst zubereitet, dass man die Früchte nicht nur einmal benutzen kann, sondern ihr könnt das Ganze locker drei-, viermal auffüllen. Am zweiten bzw. dritten Tag würde ich es allerdings entsorgen. Weil irgendwann ist der Geschmack, der aus den Früchten herauskommt, nicht mehr so intensiv. Und natürlich ist es auch so, dass Obst sich nicht Ewigkeiten hält. Ist ja verständlich, glaube ich. So. Auch hier eine Ananas. Einfach frisches, kaltes Leitungswasser hinzufügen. Das Gefäß hat auch genau ein Volumen von einem Liter. So. Deckel oben drauf. Nehmen wir als nächstes die Limette. So. Zwei schön geschälte Limetten. Auch wieder auf einen Liter. Ich hatte leider nur noch ein Teegefäß zur Verfügung. Schöner sind eben die Glasgefäße, damit man auch genau sehen kann, was für ein Wasser man dort hat. Aber es geht auch so. Und am schönsten sind natürlich auch Gefäße, die ihr zumachen könnt. Und wenn man jetzt sein Gefäß mal nicht im Kühlschrank stellt oder so. Das ist ja schöner, wenn man einen Deckel oben drauf hat. Damit keine Fliegen oder was weiß ich dort rangehen. So. Als letztes machen wir noch die Zitrone. Auch wieder schön klein geschnitten. Wasser oben drauf. Und das war es eigentlich schon. So, jetzt stelle ich das Ganze noch im Kühlschrank, lass es eine Stunde durchziehen. Und dann hat das Wasser auch eigentlich schon gut den Geschmack von den Früchten angenommen. So, wie ich es zumindest beim letzten Mal ausprobiert habe. Ich würde sagen, viel Spaß beim Nachmachen und mal gucken, ob ihr überrascht seid, wie leicht es geht und wie gut es schmeckt, Wasser mit Geschmack zuzubereiten. So. 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 So.